Lass uns einen Schneemann bauen. Das ist eine gute Idee. Lass uns den Schneemann Olaf nennen. Nein, wir nennen ihn Piton. Das ist ein cooler Name. Lass uns eine Schneeballschlacht machen. Pass auf, hinter dir ist Charlie. Komm, den seifen wir ein. Ey, hört auf damit, sonst geh ich. Okay, ist klar, dann hören wir auf.